Die Zukunft der Landwirtschaft wird durch die Entwicklungen des Smart Farming und die Verbesserung des Tierwohls positiv gestaltet werden. Lubratec Smart ist eine innovative Lösung, die alle Belüftungs- und Belichtungsprodukte im Stall digital vernetzt und zu jeder Zeit informiert, wie gut das Stallklima auf das Tierwohl abgestimmt ist. Denn Tiergesundheit beginnt mit einem optimalen Stallklima. Ein Kernelement des Systems ist die Lubratec Smartbox. Ein kompaktes und extrem leistungsfähiges Messgerät, das zuverlässig und kontinuierlich den Kohlendioxid- und Ammoniakgehalt, die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit misst. Die Wahl der richtigen Position im Stall legen Sie zusammen mit dem Stallklimaberater von Hüsker bei einem Stallklima-Check fest, den wir im Vorfeld durchführen. Die anschließende Installation der Lubratec Smartboxen an den klimarelevanten Stellen gelingt in wenigen Minuten. Unmittelbar nach der Installation sendet das Messgerät die ersten Werte an die Lubratec Smart-App. Ab jetzt sind Sie in der Lage, alle Stallklimadaten in Echtzeit einzusehen und die Auswirkungen auf das Tierwohl richtig einzuschätzen. Abweichungen von den empfohlenen oder Ihren individuell festgelegten Klimadaten werden durch verständliche Farbcodierungen kenntlich gemacht. So können Sie wiederkehrende Muster im Zeitverlauf zuverlässig erkennen und darüber hinaus besondere Ereignisse wie zum Beispiel Klauenpflege, extreme Wetterlagen oder Futterumstellungen in der App dokumentieren und Zusammenhänge bequem nachvollziehen. Die Lubratec Smart-App ist über jedes internetfähige Endgerät nutzbar und visualisiert die aktuellen Messwerte in anschaulichen und übersichtlichen Diagrammen. Gleichzeitig geht Lubratec Smart noch einen intelligenten Schritt weiter. Sie haben die Möglichkeit über die Lubratec Smart-App individuelle Handlungsempfehlungen zur Optimierung des Stallklimas zu erhalten. Unsere Stallklimaberater bieten bei Bedarf darüber hinaus gerne Unterstützung bei der Interpretation der Daten. Lubratec Smart bietet Ihnen gleich drei Möglichkeiten, Ihre Lubratec-Produkte zu steuern, um auf die Stallklimadaten in der App zu reagieren. Sie können wie bisher jedes Produkt manuell mit dem Controller bedienen und so das Stallklima verbessern. Alternativ können Sie alle angeschlossenen Belichtungs- und Belüftungsprodukte in Ihren Stellen ganz bequem über jedes internetfähige Endgerät wie zum Beispiel Ihren Computer oder ein Smartphone bedienen. Oder Sie nutzen das Lubratec Smart-Pad, eine zentrale Steuereinheit, die alle Informationen und Befehle der Smart-App verteilt und zudem die Informationen weiterer Außensensoren verarbeitet. So ist garantiert, dass auch starke Wind- und Regenereignisse berücksichtigt werden. Für höchste Effizienz und maximales Tierwohl können Sie die Handlungsempfehlungen auch autark vom Lubratec Smart-System umsetzen lassen. Intelligent vernetzt und vollautomatisiert werden dabei alle Lubratec-Produkte auf das optimale Stallklima ausgerichtet, immer basierend auf den aktuellen Klimamessdaten. So geht es Ihren Tieren auch dann gut, wenn sie mal nicht in der Nähe sind. Lubratec Smart – das ist innovativste Technik und ein Höchstmaß an Sicherheit. Denn das Wohlergehen von Mensch und Tier hat bei allen Lubratec-Produkten höchste Priorität. Lubratec Smart bietet Ihnen erstmalig die Vorteile einer Smart-Farming-Lösung zur Optimierung des Stallklimas in Offenstellen. Sorgen Sie für optimale Klimabedingungen in Ihrem Stall, zum Wohle Ihrer Tiere. Lubratec Smart – einfach gesundes Stallklima.